Hallo liebe MyFinalSecondFans und wie ihr seht, die Brille ist nicht entspiegelt. Nein, heute möchte ich mal auf eure netten Fragen eingehen. Viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Also, bis gleich! Und kommen wir gleich zur ersten Frage und diese wird gestellt vom lieben Lekal. Oder wie auch immer man das ausspricht, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Bitte korrigiere mich. Und zwar ist deine Frage ja, was war zuerst da? Das Runde? Oder das Eckige? Hmm. Und die Antwort lautet... Aufgepasst! Ich weiß es nicht. Jetzt tun wir die Brille weg. Ich glaube, ich weiß, das ist angenehmer für euch. Für mich auch. Hätte ich nicht zu spiegeln, Dude. So, also nein, ich habe keine Ahnung, was zuerst war. War das Runde oder das Eckige? Das Runde im Eckigen? Keine Ahnung. Und die nächste Frage, meine Lieben, die kommt von der Sabine. Wacker. Und die Frage werde ich ganz wacker beantworten. So, sie fragt nämlich. Toll, dann würde ich... ...euch gerne mal fragen, mit welchen Bands ihr schon mal auf Tour wart. Und was euer absoluter Lieblingsson ist. Er muss auch nicht von euch sein. Egal. Liebe Grüße. Liebe Grüße erstmal zurück. Und das sind zwei Fragen. Aber egal. Frage Nummer eins. Wir waren noch mit keiner Band auf Tour. Und das Problem ist, momentan habe ich auch keine Band. Das heißt, mit einer Tour wird es auch noch ein bisschen dauern. Meine Lieblingssongs sind alle, die was mit Rock und Metal zu tun haben. Kann auch mal ruhig bei Zamtere sein. Und ja, also mein absoluter Lieblingssong. Ich habe ehrlich gesagt keinen absoluten Lieblingssong. Deswegen mache ich das mit einem Genre und sage halt Rock und Metal. So, kommen wir zur nächsten Frage, die gleich im nächsten Take aufgenommen wird. Waren da schon alle Fragen? Nein! Nämlich! Die liebe Prinzessin! Auf der Erbse! Hallo liebe Prinzessin! Hallo liebe Erbse! Freut mich, euch kennenzulernen. Welche Künstler und Bands haben euch inspiriert, selbst Musiker zu werden? Bei mir waren das Nirvana, Silverchair, Sita, Metallica, Billy Talent, Radiohead, System of a Down, die Beatles, und ja, das waren halt die Bands, die mich zum... Entschuldigung. Zum Musik machen inspiriert haben. So, und die letzte Frage für dieses heutige Video, oder das diesige Fragen-Antworten-Video, vielleicht mache ich noch eins, wenn genug Daumen nach oben sind und ihr genug fleißig Kommentare schreibt, ist, äh, wie von der Anke? Lieber Anke, hallo, grüß dich! So, die Frage lautet nämlich, äh, wie sind wir auf den Namen My Final Second gekommen? Und da würde ich dich mal bitten, hör dir mal, mhm, Europe. My Final, also der Final Countdown von Europe an. Und ersetzt, it's the Final Countdown, balada, ersetzt es mal mit, ähm, it's my final second! So, und das war's mit dem Video. Ich hab keine Fragen mehr, leider. Aber wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video. My Final Second, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!